Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Biti, euer Bitcoin Trading Informant, euer Crypto Trading Informant. Herzlich willkommen zu den täglichen 15 Minuten Krypto News. Was für ein Tag heute Leute, was für ein Tag. Unvorstellbar, als Trader hier geht es nach oben, geht es nach unten, es war ein Spektakel. Ich habe es euch angekündigt, 14.30 Uhr, heute Wahlendienstag, Achtung an alle, Volatilität ist die Markt. Wir hatten sogar Schreckensvorherschauen, wir hatten sogar Meinungen, die sagten, heute um 14.30 Uhr bricht die ganze Welt zusammen, Kryptomarkt, Aktienmarkt und so weiter. Nein, so ist es nicht gewesen, aber es war wirklich hart. Es war ein Jump nach unten mit 500 Dollar, es war ein Jump nach oben mit 500 Dollar bei Bitcoin. Und ja, es war richtig hart zu traden, aber ich war mit live dabei bei der ganzen Geschichte. Ist nicht ganz so hundertprozentig gegangen, als ich mir, oder wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, so ist es nun mal als Trader, kann es nicht immer nur gut gehen. So, wir kommen aber jetzt zu den Krypto News, wie gesagt, wir haben da einiges wieder für euch. Und zwar, es gibt ja, besser gesagt, es gab ja heute um 14.30 Uhr die jüngste Meldung, der Verbraucherpreisindex. Da ist ja sehr viel daran gelegen, wohin die Richtung geht. Und was war die Prognose lag? Bei 6,2 Prozent, beim letzten Mal hatten wir 6,5 Prozent, aktuell sind es jetzt 6,4 Prozent. Also, VPI geht weiter runter, der Zusammenbruch der Welt ist mal momentan ein bisschen aufgeschoben. Der Kryptomarkt geht weiter, der ganze Aktienmarkt, alles geht weiter. Und Bitcoin hat sogar zuerst mal um 14.30 Uhr pünktlichst mit einem 500 Dollar Dump reagiert, bevor er dann mit 500 Dollar wieder nach oben ist. Es ist unvorstellbar, was da momentan abgeht. So, aber ja, okay, es war also nicht die große, große Geschichte, wie erwartet, aber Volatilität war da. Ja, dann auch die EU schrammt an einer Rezession vorbei, auch gute Daten hier von der EU. Momentan ist noch alles aufgeschoben, aber noch nicht aufgehoben. Wachstum von 0,8 Prozent, vielleicht schaffen wir es sogar mit 0,9 Prozent irgendwo in der Richtung mit der EU, aber keine Rezession momentan. Die Daten sind gar nicht mal so schlimm wie befürchtet. Wie auch immer die das machen, ich weiß es nicht, ich habe Schlimmeres befürchtet, aber okay, ist halt mal so. Nächste Geschichte, Achtung, Binance Stablecoin BUSD, der verliert die Parität zum TESA. Ja, was heißt das, was geht hier ab, was ist denn hier eigentlich los? Gestern hatte ich es nicht so großartig noch auf dem Schirm, aber Achtung, Sorgen um den BUSD, drücken auch den Kurs von den Binance Coin runter, was geht denn hier ab? Und überhaupt, Coinbase tritt gegen die SEC ein, macht einen Post hier und so weiter und so fort. Okay, gut, langsam, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Also, was ist denn eigentlich los? Am Morgen gestern des 13. Februars verlor der Stablecoin der BUSD seine Parität zu USDT und fiel für kurze Zeit bis auf 0,0995. Eins ist eigentlich normal. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber der verantwortliche Emittent, Baxos, wird ab dem 21. Februar keine weiteren BUSD mehr ausgeben. Aha, und bis zuletzt konnte das Stablecoin sich wieder weitgehend erholen und hält sich aktuell bei 0,9988. Okay, ist ja mal nicht so schlimm, aber was ist da jetzt eigentlich los? Wir haben hier ein Problem und zwar scheinbar brachte eine Klage der SEC diesen Stein ins Rollen. Zuvor hatte die US-Börsenaufsichtsbehörde den BUSD als Wertpapier eingestuft und in diesem Zuge Paxos aufgrund der nicht registrierten Ausgabe des Tokens verklagt. Daraufhin ordnete das verantwortliche New York State Department of Financial Services Paxos an, die Ausgabe des Stablecoins zu stoppen und schon ging die ganze Party los. Um als Wertpapier zu gelten, muss ein Finanzprodukt die Kriterien des Howey-Tests erfüllen, zu denen unter anderem die Aussicht auf einen möglichen Profit zählt. Es ist also kaum verwunderlich, dass die Krypto-Community sich fragt, wie ausgerechnet ein Stablecoin dieses Kriterium erfüllen soll. Soll ja eigentlich ein stabiler Coin sein. Aber der Binance-CEO, er sagt uns, ja Achtung, alles gut, BUSD ist sicher und er hat sich hier mit einer Twitter-Meldung hier gemeldet und sagt zu uns hier, der Shang-Bang Zaho, wie er in einem Twitter-Street klarstellte, sei Paxos für die Ausgabe und Verwaltung von BUSD verantwortlich. Daher werde lediglich die Marktkapitalisierung mit der Zeit sinken, die Gelder jedoch seien weiterhin durch entsprechende Reserven abgesichert. Okay, wollen wir das mal so glauben, wollen wir das mal so stehen lassen. Und dann schauen wir auch gleich mal auf diesen Artikel hier und zwar der BNB. Der hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Ganzen zusammen und da gibt es jetzt große Sorgen, denn der BNB ist jetzt momentan gefährdet und rutscht auch nach Süden ab, wegen der bevorstehenden Klage. Also was ist hier los, Leute? Achtung, zum Monatsbeginn steckt der BNB-Kurs super gut nach oben an, aber jetzt momentan, zack, ein großer, großer Rückfall hier nach unten, dynamischer Rückfall sogar unter das Support-Level. Bei 280 Eustraler würde das Chartbild weiterhin eintrüben, also Achtung beim BNB. Wir haben zwar bullische Kursziele, aber momentan meiner Meinung nach eher die bärischen Kursziele für diese Woche. 280, 262, 250 und so weiter und so rund. Wir haben negative News rund um Binance, die reißen auch dieses Jahr nicht ab und da haben wir natürlich große, große Probleme, auch wegen dem BUSD. Also Achtung, das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was hier so abgeht in naher Zukunft und auch diese Geschichte hier, Coinbase eben, die treten gegen die SEC ein. Auch interessant. Also wie gesagt, Coinbase treten nächsten Schritt jetzt gegen die SEC ein. Was geht hier jetzt momentan ab? Coinbase ist ja auch mit dem Staking-Coin unterwegs und da gibt es ja auch so einiges. Coinbase macht nun eine Eingabe, einen Post eigentlich und zwar der Chief Legal Officer von Coinbase. Der nennt sich Paul Grewal und der macht eben diesen Post und erklärt eigentlich mal, was aus technischer Sicht wirklich hinter diesem Staking ist und auch noch eine Reihe anderer Gegenargumente führt er auch hier an, wo er offenlegt, dass die Benutzer das Eigentum an ihren Doktor behalten und, und, und. Also er versucht jetzt mal ein bisschen ein klares Licht zu machen, denn ich glaube, er, oder ich glaube eigentlich, die Jungs bei SEC wissen ja gar nicht ganz genau, was die so wirklich eigentlich machen. Und ich glaube, er glaubt das Gleiche wie ich. Glauben wir das mal so. Also lassen wir das mal so stehen. Weiter geht's. Achtung, Mediamarkt und Saturn, die bekommen weitere Bitcoin-Automaten. Das ist wieder mal eine gute Geschichte oder das ist doch mal wieder was Positives. Österreichische Koran GmbH stellt nämlich weitere Bitcoin-Automaten in den deutschen Mediamarkt-Saturn-Filialen auf. Das kleine Österreich, das litze kleine Österreich muss nach Deutschland diese Automaten liefern, finde ich gut. Und welche Städte sind jetzt mit dabei? Wo könnt ihr jetzt in Zukunft mit Bitcoin bezahlen? Und da gibt es schon eine schöne Liste und zwar in den Märkten in Dortmund, Köln und Frankfurt am Main. Und dazu kommen auch noch München, Mainz, Dresden, Hamburg, Berlin. Und bislang zählen 70 Bitcoin-Automaten in Deutschland zu dem Netz. Und in Europa sind es 240 Bitcoin-Automaten. Ich finde das mal cool, das ist mal eine gute Geschichte, das gefällt mir mal wirklich gut. Und somit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Freunde. Was gibt es hier noch? Und zwar, es geht wieder mal um Polygon. Der nächste große Deal steht an. Achtung, Siemens setzt auf Polygon. Die Siemens AG hat ein Kryptowertpapier auf der Polygon-Blockchain begeben. Darum ist das ein starkes Signal. Natürlich ist das ein starkes Signal. Denn aus einer Pressemitteilung geht davor, dass die Siemens AG am gestrigen 13. Februars erstmals ein Kryptowährungspapier nach dem elektronischen Wertpapiergesetz, kurz EWPG, begeben hat. Das Emissionsvolumen des digitalen Wertpapiers beträgt 60 Millionen Euro. Die Privatbank Haug-Aufhauser-Lampe fungiert bei der Transaktion als Registerführer und Zahlstelle. Und Polygon und digitale Wertpapiere, nicht nur im NFT-Sektor, sondern auch bei digitalen Wertpapieren, wird immer häufiger auf die Polygon-Blockchain gesetzt. Absolut super. Aber öffentliche Blockchains sind klar im Vorteil und, und, und. Ich will da nicht mehr auf die technischen Details eingehen. Aber absolut gute News hier wieder mal für Polygon. Die guten News überschlagen sich immer wieder. Was haben wir hier? Wir haben hier den Budget-Token, der BGB, der Börsencoin mit frischem Allzeithoch. Im Zuge der Unsicherheit um Binance-Coins, BOSD und BNB erreicht der BGB-Token, das ist der Konkurrent, ein neues Allzeithoch. Junge Crypto-Exchange-Bidget, freut sich zuletzt zunehmender Beliebtheit. Ist klar, es wird immer nur geschossen und geschossen und geschossen auf Binance. Und natürlich profitieren auch die anderen Börsen davon. Ich bin ja ein Binance-Jünger, ich habe ja alles auf Binance. Aber ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, wenn es auch andere Börsen gibt. Es soll hier nicht einen großen Platz hier geben. Das ist schlecht. Nicht so wie bei Emma... und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also, schauen wir uns den Coin mal ein bisschen genauer an. Was ist hier los? Seit seinem charttechnischen Ausbruch am 8. Februar legt dieser BGB-Kurs um 88 Prozentpunkte zu. Letzten 24 Handelstunden profitiert die hauseigene Kryptowährung der südkoreanischen Exchange zudem von den Unsicherheiten rund um den Branchenprimus Binance eh klar und steigt rund 25 Prozent auf 40 Cent nach oben. Hingegen büßte der Binance-Token seit Bekanntwerden der SEC-Ermittlungen gegen den Stablecoin-Anbieter Backsauce und die Unsicherheiten rund um den BUSD knapp 10 Prozent auf aktuell 293 Dollar ein. Kann sich der BGB-Kurs per Tagesschluss oberhalb der 39 Cent stabilisieren? Rücken die nächsten bullischen Kursziele bei 44 und 52 Cent in den Fokus der Anleger? Schaut euch das mal an, wie der Coin hier nach oben abgehen könnte, laut diesem Chartbild hier. Hm, interessante Geschichte. Vielleicht auch mal einen Blick wert, mal auf eine andere Börse zu blicken und auf jeden Fall auf diesen Budget-Token zu blicken. Nur mal so am Rande. Natürlich kein finanzieller Ratschlag. Natürlich nicht. Und dann kommen wir zum Punkt Stablecoin. Wenn wir heute schon einiges darüber gesprochen haben, werden wir nochmal kurz dabei bleiben. Wieso, weshalb? Ja, es gibt da noch etwas bezüglich Stablecoin. Und zwar, so sicher ist Cardanos neuer Stablecoin D-Jet. Ich habe euch schon mal darüber berichtet. Dieser D-Jet hat mittlerweile Rücklagen in der Höhe von 508 Prozent. Wenn das nicht sicher ist, was ist dann sicher? Also, Cardano behauptet auf jeden Fall, unser Stablecoin ist sicher. Macht euch keine Sorgen. Die Besicherung, aber, die ist dabei umstritten. So, warum, wieso, weshalb und was geht es hier eigentlich? Und zwar, nach eigenen Angaben, ja, sind sie überbesichert. Schon klar. Die Kryptowährung entspringt ein Defi-Projekt, Coti, das haben wir eigentlich schon mal alles letztens besprochen. Aber, trotz der Stabilitätsversprechen kann das Projekt die Skepsis einiger Investoren nicht vollständig ausräumen. Ein Krypto-Panik-Nutzer erklärt, algorithmischer Stablecoin unterstützt doch einen Altcoin. Wo haben wir das schon mal gesehen? Hm, ich will jetzt gar nichts mal dazu sagen. Eine Anspielung auf die Implosion des Terra-Ökosystems im letzten Jahr, die Nutzer nachhaltig verschreckt hat. Genauso ist es. Nachdem der Terra-Stablecoin seine Dollarbindung verloren hatte, kam es zum Erdrutsch, wie ihr noch wisst. Also, Achtung mit den Stablecoins. Aber, Cardano sagt mal, nö, nö, unserer ist sicher. So, kommen wir auch schon zum nächsten Artikel. Okay, wir haben hier etwas zu besprechen. Und zwar, Terra Classic, der Lums. Was geht hier ab? Der ist nämlich auf dem richtigen Weg, um einen neuen Meilenstein in Bezug auf das Staking zu erreichen. Das könnte bald eine Billion erreichen. Oder eine Milliarde eigentlich erreichen, besser gesagt. Und da haben wir auch das Staking Supply. Und da seht ihr schon, wir sind bei 960 Millionen momentan. Also, da geht die Party richtig ab momentan. Was heißt das jetzt eigentlich? Okay, es ist eine lobenswerte Leistung. Aber, was heißt das auch jetzt für den Coin? Und zwar, und zwar, Luns reagierte schnell auf dieses Update. Da ist in den letzten 24 Stunden Gewinne verzeichnete. Weil eben viel anderes hier mit Binance und so weiter momentan passiert. Gemäß CoinMarketCap ist der Preis ein bisschen angestiegen. Nur um 1,3 Prozent, aber doch ein bisschen was. Und die Marktkapitalisierung ist mehr als eine Milliarde. Die Marktreaktion sah auch für Luns optimistisch aus, da die Marktindikatoren auf eine bevorstehende bullische Rallye hindeuten. Achtung an alle, die nochmal etwas mit dem Luns probieren möchten. Zum Beispiel momentan ruht der Geldflussindex, der Moneyflow Index, über der neutralen Markierung, die bullisch war. Hört sich gut an. Der Jaikin Moneyflow von Luns CMF verzeichnete ebenfalls einen Anstieg. Die Bollinger Bands schlugen das von Luns kurz vor dem Eintritt in der Zone. Also schlugen vor, bis die Bollinger Bands sind eigentlich in einer, oder kommen jetzt eigentlich kurz, wie soll ich das am besten sagen, die kommen jetzt eigentlich gleich in eine Zone mit hoher Volatilität. Damit ich das nochmal rausbringe. Und das erhöht natürlich wieder die Chancen für einen weiteren Aufwärtstrend. Interessanterweise zeigt das IMA-Band einen anhaltenden Kampf zwischen den Bullen und den Bären. Wobei die Möglichkeit bestand, dass die ersten Renn unter Berücksichtigung der anderen Indikatoren als Sieger hervorginge. Relative Strength Index stützte die Bären jedoch, da er unter der neutralen Markierung ist. Und das seht ihr hier ganz gut. RSI geht ein bisschen nach unten Richtung 40. MFI ist hier oben unterwegs und der CMF auch hier bei 0 nahezu. Also ist jetzt die große Frage, bricht der Coin jetzt durch diese News richtig gut nach oben aus? Wir werden ihn auf jeden Fall wieder ein bisschen genauer beobachten. Und somit kommen wir auch schon zum Market Overview für heute. Was geht so ab? Wir sind noch immer über der 1 Billion 1,02 momentan, aber trotzdem ein Minus von 1,23%. Bitcoin-Dominanz, die ist ein bisschen gewachsen, weiterhin mit 0,65% nach oben. Wir haben momentan hier 85% Loser im Markt für 24 Stunden und nur 15% Gewinner. Und schauen wir mal, was sind so die Top-Gewinner. Und das ist hier Terra Classic USD. 26% nach oben. Curve geht nach oben mit 12% GMX. 8%, Wimix 6,5% und XEN Chain mit 7%. Sehr viele Coins davon sind in meinem Portfolio drinnen. Ich habe euch die Gründe in meinen Videos bereits schon erklärt. Was sind die Loser? Render Token 10%, Scaled 11%, Binary X 9% oder Baby Doge geht auch wieder runter. 8,21% und Floki Inu geht auch runter mit 8,6%. Leute, das sind die Krypto News für heute. 15 Minuten top für euch zusammengefasst. Meiner Meinung nach, wenn ihr etwas benötigt, wenn ihr was braucht, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Ideen für mich habt, immer rein damit. Schreibt es rein in den Chat oder in die Nachrichten, wie auch immer. Ich bin übrigens online, nicht vergessen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf YouTube und auf Twitch mit Bitcoin Trading Informant. Da seht ihr alles rund um den Bitcoin, ob jetzt kaufen, ob jetzt verkaufen. Und natürlich ist all dies kein finanzieller Ratschlag. Also Freunde, macht es gut und nicht vergessen, die große Preisvorschau auch noch anzuschauen. Da habe ich wieder einiges für euch vorbereitet. Also haut rein. Ciao, euer Biti. Euer Bitcoin Trading Informant. Ciao, Leute.